Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr mir wieder über die Schulter schauen möchtet. Diesmal geht es um Seitenschlitze. Ich zeige euch, wie ich sie sehr schön einfach und sauber nähe. Prinzipiell lassen sich viele Kleidungsstücke mit Seitenschlitzen aufwerten. Ob Blusen oder Hosen in ganz unterschiedlichen Längen oder Kleider. Durch die Schlitze lassen sich Kleidungsstücke sogar in Stufen nähen, wie bei diesem Beispiel. Da ich immer wieder danach gefragt werde, zeige ich euch meine Technik. Als allererstes versäubere ich die Säume und bügele sie in saumbreit um. Außerdem markiere ich mir die Höhe des Schlitzes an beiden bzw. dann allen vier Seiten, entweder mit einer Stecknadel etwas vom Rand entfernt gesteckt oder einem Marker. Oberhalb des Schlitzes messe ich ca. 10 cm ab und markiere diese Stellen ebenfalls. Klapp den Saum wieder herunter und versäubere alle Teile bis zu der oberen Markierung. Hier siehst du es bereits. Es kommt nicht auf den Millimeter an, es sollten jedenfalls mindestens 10 cm sein. Leg die beiden Seiten rechts auf rechts aufeinander. Schau, dass die Schlitzmarkierung, die beiden Stecknadeln und Markierung genau übereinander liegen und steck sie dir zu. Die Seitennaht wird nun bis zur Schlitzmarkierung bzw. ab der Schlitzmarkierung geschlossen. Das Nahtende direkt am Schlitz sollte gut verriegelt werden. Näh ein, zwei Mal hin und her und dann fortlaufend die gesamte Seitennaht. Selbstverständlich kannst du bei Oberteilen auch am Ärmel beginnen und dann bis hin zur Schlitzmarkierung nähen. Denk aber dran, das Nahtende an dieser Stelle auch gut zu vernähen. Bis hin zum Schlitz ist die Seitennaht jetzt geschlossen. Versäubere nun den Rest der Naht, dabei können die beiden Nahtzugaben zusammen versäubert werden. Klapp die Nahtzugabe an den Schlitzen ordentlich auseinander und bügel sie einmal. Dies garantiert später einen sauberen Schlitz. Bügel die Nahtzugaben nach oben hin so weit auseinander, wie es geht. Also bis zu der Stelle, an der die Overlook-Naht wieder beide Stofflagen fasst. Falls du die Naht absteppen möchtest, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Stepp dabei runter bis zum Schlitz. Klapp die umbügelten Kanten wieder auf und leg den Saum rechts auf rechts, also nach vorne. Steck ihn mit ein, zwei oder bei breiten Säumen drei Stecknadeln fest. Dies wiederholst du entsprechend an allen Ecken. Jetzt nähen wir nur den Saum senkrecht fest, genau in der Linie, die wir vorher gebügelt haben. Beginne dabei an der Oberkante des Saums, dann fasst die Nähmaschine besser und nähe bis ganz knapp vor die untere Kante. Die Stecknadeln können entfernt werden. Hier siehst du noch einmal die kurzen Nähte. Damit die unteren Ecken sehr schön ordentlich werden, schräge die Ecke Richtung Naht ab. Lass circa 1 mm stehen. Ebenso wird die Nahtzugabe des inneren Saumes eingekürzt. Schneide an dieser Stelle die Versäuberungsnaht ab, also der Saum, der später innen liegt. So werden die Ecken schön flach und akkurat. Jetzt kann schon umgekrempelt werden. Die Ecken formen sich fast von alleine sauber aus und ein schöner Schlitz ist entstanden. Durch die vorherigen Bügelschritte geht es wirklich einfach. Diese sollten wir uns nicht sparen. Deshalb bügel am besten gleich noch mal. Achtet dabei darauf, dass die inneren Säume auch schön innen liegen, also nicht von außen mehr zu sehen sind. Damit der Saum später nicht verrutscht, fixiere ich ihn an dieser Stelle noch mal mit zwei Stecknadeln. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Schlitz zu umranden. Ich nähe ihn Nähfüßchenbreit, beginne an der einen Seite unten, nähe hoch bis zum Schlitzende und auf der anderen Seite wieder herunter. Dann erst säume ich die Hose oder Kleid oder Pulli. Ich beginne also an einem Schlitzende. Eventuell empfiehlt es sich bei dicken Stoffen noch einen Stoff dahinter zu legen, damit der Nähfuß auch schön gerade bleibt und gut transportiert. Ich nähe im Abstand von der einen Nähfüßchenseite. Da kann ich mich gut daran orientieren. Bis in die Höhe des Schlitzendes dort einmal quer, wieder Nähfüßchenbreit zurück bis zum unteren Saum. Der Schlitz ist jetzt ordentlich umrundet. Den Saum könnt ihr von innen absteppen und die Oberlockkante lineal nutzen. Ich steppe aber von außen ab und nutze die Markierung auf der Stichplatte als lineal. Der Saum ist umgenäht und der Schlitz fertig. Allerdings ist das Schlitzende durch unsere Bewegung manchmal etwas strapaziert. Deswegen übernähe ich die obere Kante nochmal mit einer schmalen Zickzacknaht. Hübsch sieht an der Stelle auch zum Beispiel ein kleines aufgenähtes Lederdreieck aus. Euer Kleidungsstück ist jetzt fertig. Alles sieht wirklich ordentlich und sauber aus. Die Ecken sind schön flach und auch von innen ist alles prima. Probiert diese Technik unbedingt mal aus. Es sind wirklich pro Kleidungsstück nur ein paar Minütchen mehr und so Schlitze machen wirklich was her. Wie hier zum Beispiel in meinem Polo-Shirt. Sie sind dabei auch bequem, um die Hände in die Hosentaschen zu stecken, was ich ja sehr gerne mag. Oder wie hier an einer Dreiviertelhose. Dort geben die Schlitze natürlich auch im Bereich knapp unter dem Knie die nötige Bewegungsfreiheit. Dies ist übrigens unsere Winsbraut hier in Wilhelmshaven. Sie steht dort nicht ohne Grund. Und jetzt wisst ihr, warum meine Haare immer auf den Fotos etwas verweht sind. Alle meine Modelle in diesem Video sind selbst genäht. Vielleicht kennst du ja meinen Blog noch nicht und hast Lust, mich dort mal zu besuchen. Den Link zum Blog und zu allen verwendeten Schnittmustern findest du wie immer unten in der Beschreibung. Vielleicht arbeitest du mit einer anderen Schlitztechnik oder hast dich bisher noch nicht so recht herangetraut. Probier es einfach mal aus. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Sabine